Jojo Leute herzlichen willkommen zu einem neuen video minecrafts Ich hoffe mal es wird SG4 Ich wollte einfach mal in der Lobby starten weil ich euch ein bisschen was unlogisches zeigen wollte und zwar guckt mal Leute ich hab 4000 Punkte auf Hive und fast eine 4er KD es macht irgendwie gar keinen Sinn früher hätte man so locker so 20k mit einer 4er KD ähm ich möchte jetzt hier rumholen oh just drugs kenne ich auch noch auf jeden Fall zocken wir mal ja perfekt SG4 Xmas zocken wir auf der Web SG4 Xmas es geht dann in einer Minute los und ich wollte auch aus einem anderen Grund und ich wollte gar nicht aus dem Grund eigentlich hier in der Lobby starten sondern weil ich noch ein bisschen Zeit brauchte um mich danach aufs Gameplay konzentrieren zu können und zwar vorab erstmal es könnte sein dass ich ein bisschen gelangweilt da ist es ein bisschen müde hier weil ich hab glaube ich 15 Aufnahmenversuche hinter mir auf Hive auch mit ZipCurved und so weiter 15 ist wirklich ohne Spaß äh war irgendwas mit der Zahl und auf jeden Fall ähm ich probier's jetzt einfach nochmal auf SG4 Xmas und ich hab vorhin noch schlechte Einstellungen und so ähm und es ich hab ja im letzten Video das Resource Pack für 24 Stunden released also bis 19, 20 Uhr ich weiß nicht mehr genau ich glaub bis 19 Uhr heute genau und ich hab's noch pünktlich 15 Minuten später rausgenommen was ja überhaupt gar kein Problem ist ich möchte ja das äh die meisten von nicht kriegen auf jeden Fall äh war das ein bisschen komisch weil 1200 Leute haben laut der letzten Statistik von Mediafire äh die Datei die Textdatei runtergeladen und davon aber nur 500 oder 600 also Resource Pack an sich was ein bisschen komisch ist und warum sind die alle unsichtbar what the fuck ähm ich rack auf ne rexry no hex okay was was läuft alter äh nein 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 so TNT planten so falls irgendjemand mich targeten wollte wegen Schwert oder sowas passiert ja manchmal ähm das war ein Opfer davon wird vom Spawn Killing äh oh da ist eine Kiste drin mit dem Schwert drin sehr schön da ist noch eine Kiste uh Steinschwert noch sehr gut auf jeden Fall hatten davon ziemlich wenige und das Reset Pack gedownload ich habe jetzt aber nur die Links aus der Beschreibung rausgenommen das bedeutet ihr könnt es euch trotzdem noch downloaden einfach das Textdokument öffnen den Bitly Link kopieren einfügen zur Mediafire Datei gelangen und zack könnt ihr es euch downloaden ganz einfach ähm haben glaube ich die meisten einfach nicht gecheckt weil sie das Video nicht gesehen haben gestern kam ja auch ein Buchstabe in dem Video ich glaube das hatten die wenigsten gewusst weil halt äh die meisten nicht nur aufs Resource Pack konzentriert haben also weil sie beim Special mitmacht würde ich das Video ich gebe euch einen Tipp guckt es euch bis zum Ende an das war jetzt gerade ein bisschen fies abgestaubt aber der hatte schöne Rüstung und die wollte ich mir gönnen ich konnte euch gleich auch eine neue Tier 2 präsentieren die ich heute entdeckt habe beziehungsweise mir heute gezeigt wurde vom WeCam aber echt geile Sache die ist im Dealerwagen im Eisdealerwagen so noch ganz kurz noch ein Schwert gönnen ich mag immer ganze Schwerter mehr so ich habe mir auch mal dieses ähm Kistental gegönnt habe ich irgendwie geschafft auf 7000 Tokens zu kommen habe ich mir davon das Kistental gekauft habe darauf sozusagen gespart aber indirekt weil ich jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag spiele um das zu kriegen sondern einfach indirekt darauf gespart habe ich mir nichts anderes gekauft und auf jeden Fall wollte ich noch sagen ihr könnt es euch immer noch downloaden das Texture Pack wenn ihr es noch nicht habt denn oh Mist die TH2 ist schon raus ich nehme aber trotzdem noch das Weed mit da ist auf jeden Fall ein TH2 drin hier auf dieser langen Straße und da hinten ist der Name den kill ich ganz kurz könnt ihr ich könnt es euch immer noch downloaden da hat jemand nicht in meinen Kommentaren da hat so ein so ein Link gepostet irgendwie bit.ly slash Minus ne title resource pack bei Minus irgendwie so was könnt ihr euch irgendwann noch downloaden falls ihr es noch nicht habt weil es ja jetzt nicht mehr von mir also könnt ihr das ruhig machen und ist glaube ich nicht mehr illegal ich weiß nicht wird wahrscheinlich so sein yo und ich renne mir jetzt einfach mal hinterher aber ich habe eh nichts zu tun ich habe relativ gute Rüstung und gutes Schwert und so weiter ein bisschen bessere Hose könnte ich gebrauchen die er mir leider auch nicht gibt aber vielleicht führt er mich ja zu anderen Spielern weil ich ihn einfach durch die komplette Map jage aber er geht so ein bisschen Richtung Sackgasse und wow ich mag so schöne Helikopter sieht doch toll aus so jetzt ist er tot komm her so Moment hä das war jetzt total dumm ich lasse ihn jetzt einfach in Ruhe ich habe keinen Bock den da jetzt zu retten und so ein ewiges Dramathr rauszumachen und äh brauche ich eh nicht so ich esse mal ganz kurz was vielfach könnt ihr es da immer noch downloaden und ich habe euch gesagt ha ich würde eh jemand anders so das funktioniert soweit ich weiß gar nicht nope ne aber er hatte glaube ich Angst er hat dazu geguckt ähm irgendein Prima-Spieler nö boah achso der kennt mich Mensch das tut mir aber leid das war ein bisschen offensichtlich mein Freund ähm ich dachte er will irgendwas schreiben aber dann hat er Flints hier geplattet aber schon okay geplattet hat er es ähm auf jeden Fall genau ihr könnt es euch downloaden und ich habe gerade auch noch das so ein Mix was ich mir heute wiederum wieder gemacht habe aus dem R3D Felsen und aus dem anderen ich habe aber nur die Angel und den Bogen von Felsen und da habe ich ihn wie gesagt ich habe mir die Kiste gekauft so da ist schon der nächste von dem kann ich eine Angel haben die möchte ich auch haben mein Lieber so äh weil ich mag Angeln die können relativ praktisch sein und da ist auch schon der Prima-Spieler gestorben okay da hat er mich ein bisschen weg gehittet mit der Angel die ich gerne von ihm hätte also komm her ne 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 nix da ich möchte nämlich auch ein paar Hits setzen und nicht nur du mit der Angel du freches Style oh niss 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 ich hätte nur ganz kurz ein Stückchen weiter rufen müssen so gleich macht er bestimmt einen Angelturn oder sowas so 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 noch ein Hit noch ein Hit komm 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 Jungs ich möchte seine Angel ich möchte seine Angel müssen zwei Hits noch komm jetzt noch einer jetzt noch einer jetzt bin ich gegen das Teil ein bisschen gelaufen bisschen schief gelaufen auf jeden Fall hier noch auch ein paar aus meinem alten Müsus Pack und so ähm ich finde die auf jeden Fall auch echt geil muss ich mal gucken ob ich es vielleicht auch irgendwann release wenn ihr dran interessiert habt könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben Texte-Pack hinter dem Texte-Pack ich bin ja fast wie EP-Games Grüße an dich ähm da oben ist auch jemand aber ich hätte um ehrlich zu sein gerne mhm den hier der will mich bestimmt vielleicht gleich ins Feuer boosten Alter warum ist hier so viel Feuer es ist immer hier könnt ihr mal auch in die Kommentare schreiben nein ich glaub aber nur das wurde gesetzt von dem Typen gegen den ich vorhin gekämpft habe und Keim Crafter du hast keine Chance gib mich jetzt bist du nämlich auch noch angebrannt das bedeutet ich kann dich schön hitten und jetzt bist du tot so ähm zwei drei Essen hätte ich gerne kann ich allgemein auch mal aussortieren aber so da ich es nicht wieder einsammle so Sticks kommieren hatte ich ja schon merke ich gerade so und den Keks hätte ich gerne noch und die bessere Hose so dann hätte ich auch alles schönes eingepackt und da oben war noch jemand drin in dieser komischen Kommandozentrale im Tower vom ganzen Flughafen der jetzt wirklich viel schöner aussieht also ich mag die Maps sehr doll dessen spiele ich auch gerade äh hier dürftet ihr eigentlich auch merken dass ich finde der Map hier eigentlich die ganze Zeit spiele weil ich immer die aufnehme so hier wird jetzt erstmal unten sterben auch wenn dann an der Ausgang dem Fest ein bisschen ungünstig gelaufen ist weil ich ihn eigentlich ein bisschen überraschen wollte aber man schätzt nicht so gelaufen wie ich haben wollte so haben wir den ganz kurz weggekombot und das Eisenschwert gesnackt nice läuft doch so auch wenn ich gleich noch ein Wichtelgeschenk kaufen muss und äh es ist schon oh shit 21.10 Uhr und der macht um 22 Uhr zu und ich muss da nach hinten laufen ich werde wahrscheinlich danach das Video ähm machen und das noch ein bisschen später veröffentlichen ich habe ja heute Mathe geschrieben und deswegen bin ich heute den ganzen Tag schon so ein bisschen in Chiller Stimmung weil ich es geschafft habe und yo da ist Hyper Hickey oder heißt der Hyper Hickey und ich überrasche ihn von hinten so komm her Baby komm her du hast keine Ahnung ich möchte dich gehören jetzt juckt mich ja weniger das OPTNT ich glaube das hat ihm genauso viel gezogen wie mir aber der juckt mich ein bisschen aber ich habe ihn angebrannt so durch ein hohes Feuer Mist jetzt kriegt der die Sachen so haben wir ganz kurz ein bisschen gehittet läuft doch haben wir den auch noch gekillt Leute Eisenschwerter über Eisenschwerter so müssen die Runden eigentlich immer laufen gefällt mir auf jeden Fall dass wir bis jetzt auch nicht so richtig gegen Team antreten mussten und da hinten ist schon wieder der nächste holy shit liegt hier nicht noch eine Eisenhose ne äh Halluzination so da ist der nächste aber ich glaube ich grab mir einfach noch ein bisschen Food auch wenn ich genug habe habe ich wenigstens auch was zu tun in der Runde und den restlichen 20 Sekunden vielleicht werde ich jetzt auch von hinten äh gekillt und das ist dann ein revolutionäres Ende warum revolutionär keine Ahnung warum so wo steht ich möchte das gar nicht wieder einsammeln nein 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 Mist jetzt ich hätte mir noch ein Windstil craften können aber ich denke mal so reicht das auch oder ja die Feuerzeuge reichen auch locker so gut äh habe ich nur noch den Gegner ne ich habe noch einen so der habe ich gerade ein bisschen ungewiss ich meine Finden ist hier schon vor äh geführt ich weiß nicht warum es immer ein Kampf so komisch lag so wenn er denkt der Teil zieht mir viel dann liegt er ein bisschen daneben weil er hat deutlich weniger Herzen als ich denke ich mal hoffe ich mal sage ich einfach mal so komm 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 Alter ich dachte schon er läuft rückwärts ist da übel zu aus gerade so 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 ein bisschen er sprintet rückwärts so aber den auch noch mir gefällt es mit der Kiste dass es da so schön reingemacht wird ähm nochmal 52 Punkte 42 Punkte gemacht yes 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 aber ich merke auch schon die ganzen guten Leute die droppen auch noch so 100 Punkte ähm ist einfach so dass die Punkte irgendwie von allen weniger werden Punkte 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 wo ist der Typ denn hin hat er sich da in diesen komischen Versteck da unten reingemacht kommt kurz griff ok ist auf jeden Fall ein Noobachter ist er komm lauf rein lauf rein lauf rein oh das war gut geplantet geplantet sage ich doch geplantet ist richtig nicht geplant doch geplaced wäre richtig so komm 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 ich dachte ich denke nämlich immer ich sage geplantet aber das ist ja auch relativ egal so die Runde gefällt mir auf jeden Fall also ich würde gerne vor ihm Flittenstil setzen aber das funktioniert heute mal nicht so haben wir den auch noch gereckt oh 850 mal gucken nicht schlecht ich kann immer so wow 2 10k oder so was wir dann machen haben wir wieder fast die 5k erreicht egal Leute ich würde sagen dass das mit einer Runde Minecraft zu folgen ist wenn es euch gefallen hat das ist eine positive Bewertung da ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben ob ihr dieses Racer Backpack auch irgendwie mal haben wollt und ihr könnt euch das wie gesagt immer noch gerne ähm installieren das Racer Backpack und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal machts gut und tschüss